hallo und herzlich willkommen youtube bei eurer tour de twiles folge 11 auch die mussten mal leider zweimal aufnehmen bei drei personen ja bei drei personen zur gleichen zeit ne fast zur gleichen zeit als wenn irgendwie so der skype recorder so ein reset hat so eine art router reset oder so ein scheiß wieso starte ich jetzt hinten da war ich eben nicht wer hat denn gerade so schlecht abgeschnitten hätte das wirklich aber das war kann ich denke ja also der der runden verlierer war gerade eben 39 punkte gelassen wo hast du denn in einen punkt gelassen gerade warum warum krieg ich denn acht so lange braucht das langer schmacki das hat jetzt schon mal acht von seinen 23 punkten so muss das sein so in acht hat er gewonnen jemand hat einen als zehn oder und wir in leichten fehler wie eben scheiße ich habe das gelernt du hast da vor allem der letzten folge hatten wir ein geständnis von das marka doch dass du bei ruggant bist weiß ich nischt von also den part der läuft auf die idee haben auf jeden fall noch in der skype confi äh in der aufnahme ist alles äh gefakt gefakt ja und da bin ich erster oh ich glaube meine xbox wird gerade laut ah meine auch was ich verstehe hallo hallo seid ihr noch da ich verstehe nix boah so viel pussy center schmacki ist ja eh egal wenn du jetzt rum lamentierst komm mal kira drei punkte vor dir ach jetzt kommt wieder die pimmel map hier gateways oh der kolosseum kommt auch noch zum glück hast du nicht gateways gesagt wie denn das marka get away get away get away get away get away get away wiii yay jawohl wir hatten eben die diskussion dass wir eigentlich bei der wir haben ja jetzt schon 80 maps sind wir ja schon gefahren dass man doch eigentlich erwarten könnte dass wir eigentlich von mal zu mal besser werden aber dem ist leider nicht so und denkste ne ja hier haben wir uns eben hingelegt gemeinsam ja jetzt weiß ich wie es geht du bist ja richtiger du ist gateway durch rausgepimmelt und wieder kaputt wie gerade ich nicht weil ich da zu wenig schwung hatte aus dem puff raus kiesche schweb 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 oh ooooh 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 der krieger gleichstand guck 26 26 26 26 hier rein soos kannst du wieder arsch wackeln mach mal kannst du mal üben für die hock wir machen das nämlich ja wir machen das zusammen du im bikini ich spiele ukulele und dann wird samba getanzt und beide mit so einem blumenröckchen da ist kein samba Casino ja hier habe ich mir eben mit dir das battle geliefert ne Casino ja und die stelle an der ich gerade eben so krasse probleme hatte geht jetzt ohne probleme schnall ich nicht schnall jawohl ach guck mal herger das ergibt sich mit dem zweiten platz ab einen schönen vierten habe ich geholt schön danke boah ist das widerliche hey ohne scheiß dieses ach weil die rum bah bah flämt euch lieber an wie richtige kerle doch jawohl da lässt er von ganz unten einhören ja soweit zu wollte er nicht was hat man da gerade äh dungelschläge entscheidung in der sahara in der sahara sahara äh jetlag promosseum und markante markierung äh da ist er eben abgeschmiert der fika bei der letzten map danke besten dank aber wir waren noch nicht über das erste hindernis oder war einer schon drüber eben ja markante markierung ja war ich auch schon drüber ja du war ich ehrlich ich war mit chrisenio auf einem äh kurz vorziehen hier fährt jetzt mag ich gerne am anfang ich war schon eben hinten warum bin ich jetzt schon wieder hinten da ich mach sowas falsch ach ok ja genau nein hup hup da rutsch ich da weg ok oh kische apfel ja klasse ach ja entscheidung in der sahara klasse hat sich entschieden wa gegen mich und ich liebe die wüste eigentlich ja sandris kant ist ja auch eine deiner hört man lieblings wenn nicht sogar spezial maps parade maps ja so kann man es auch sagen kollabiert gleich ich kollabiere gleich kollaboration im anus rüber spring ja wohl warum seiten ihr schwänze schon wieder vorne weil wir was könnten ja jetzt habe ich große fressen da denkst du mal keine große fressen riskieren und zack wirst du gefestet vom spiel wilder krieger zweiter platz für mich ja alle 16 punkte da unten nein der krieger nicht ja kriege ja eine lappen ich werfe ja auch mit kaviar damit der pöbel ausrutschen möge so muss es sein wo bist du arrogant äh wieso nö wer es hat ich werfe hier Kaviar zu du Arschloch was soll ich damit kannst du die Katzen mitfüttern ja bestimmt Katzenfüttern mit Kaviar zumindest dekadent ja understatement das ist schon mal eine gute Füllung ne ja muss wenigstens nicht mal nachstoppen man ich hätte gerne ihr bestes essen gefüllt mit dem zweitbesten Kaviar gefüllt mit Hummer aber rechnen sie bitte das nur das drittbeste ab Kaviar habt ihr schon mal Kaviar gegessen? ja klar klar dann sind die Fischeier ja schön auf die Eier ruf und dann also auf die Hühnereier ne ja schön auf die Eier drauf und dann gib ihm da bummst er mich wer ist denn hinter mir? Fetzen ja klasse ach Scheiße wer ist denn da schon im Ziel wieder? welche Nutte? was muss das Reiß fallen? nein! nein! fuck hupsi das schneide ich raus maaaane nimm mal das Gecko Corsigno mach doch mal warum nimm ich hat das Ding eigentlich irgendwelche Vorteile außer dass es spaßdisch aussieht ne doch es ist glaube ich wendiger oder? pfff nicht so einen krassen Antritt also bei manchen ist das ein Vorteil direkt beim ersten Mal ist er ja hoch ist klar die ersten paar sind ja auch nicht die Probleme hier ne ne ich fand das erste schon ziemlich abgefuckt ich find das erste nebenan abgefuckt gerade war ich schon drüber meine Fresse fuck ich schneid einfach die Aufnahmen zusammen ihr könnt mich mal wie du beim ersten Mal drüber bist oder? ja alter maaaan ne die Maps immer so letzte Trick na ey das ist doch ein Witz dass ich jetzt hier an dieser an dieser Fotzen Stelle hänge ey mhm mhm nein 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 zieh dich hoch ach shit fuck mhm ne nein ich hab das Rezept auch noch nicht gefunden ja klar Waldmeister ist auch hier sind wir alle hier sind wir alle hier sind wir so zwei nur so drei behinderte Schatten siehst wir jetzt die ganze Zeit das gibt es nicht nein ja genau rutscht ab da ok schon irgendwer drüber ja aber das ist nicht die behindertste Stelle ne die da nachkommt ne die da nachkommt boah alter boah ja die ist nice man weißt du noch damals haben wir uns noch Tipps gegeben ey wie geht das nochmal hier ja jetzt einfach nur fick dich Sposti ey ich bin schon dreimal da drüber aber rutscht dann wieder weg eh ah nein was geil ist ich glaub ich hab die mit 18 Fehler relativ am Anfang irgendwie geschafft ich schaff die jetzt nie mehr also ich schaff die zwar ab und an mal zu beenden aber ab und an mal zu beenden das heißt du zockst sie doch schon öfter ja was heißt öfter ich hab die jetzt das letzte mal glaube ich vorgestern einmal gezockt ja ja interessant aber sie ist ja hat ja viel gebracht bisher mein die hässlichste Map ever jawohl oben hast du dich runterrollen lassen was hab ich denn ey bin direkt mit Vollgas drüber man ey leck mich am Arsch ey und am Benglers wenn du schon mal dabei bist nein fuck ich war schon oben ey boah die Stelle ist ja kacke hier nein ne ich komm hier nicht hoch nein 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 okay NINJA MIP geht auch nicht hier NINJA STYLE jo hast du geschafft Cresigno ja der Witz ist ich hab's jetzt zum ersten mal bin ich da unten hoch gewesen ne also jawohl boah ist das eine RANSMAP boah ist das eine RANSMAP jawohl und im Ziel da haben wir's noch da war ich für noch hoch gekommen mein fickt doch die hässliche FOTZEN MEP hier ja boah uuuh er weiß was ich am meisten ankotzt die letzten 20 Sekunden schafft der FOTZENS Marker das ohne Scheiß das ist so ein Fick die ganze Zeit pimmelt der da unten ab der Lutscher die ganze Zeit ungelogen und dann fickt der da auf einmal durch das ist so Fick dich Smaka ohne Scheiß Fick dich ich setz dich aus echt naja 88 Fehler der Spaß tschüss 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 Vielen Dank.